So, ein gutes hat es ja, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil eine Französin bei mir im Zimmer so geschnarcht hat, man kann es sich gar nicht vorstellen. Hätte ich geschlafen, wäre ich wahrscheinlich nie so früh auf den Beinen und würde Venedig so in aller Frühe, aller Stille, beziehungsweise nur mit den ganz typischen Geräuschen der Händler und Arbeiter erleben. Die Möwen sind auch schon schwer zu Gange, wie man sieht. Ach, so schön. Und hier auf der Brücke, ich gehe gleich mal ganz rauf, warte ich dann gleich auf den Sonnenaufgang. Hinten, hinter der, ich glaube, Santa Maria de la Salute.